Einen wunderschönen guten Morgen. G Suite heißt mittlerweile Google Workspace und wird nun auch für alte Legacy-Accounts kostenpflichtig nach 16 Jahren. Es war durchaus nett, dort für so lange Zeit gratis seine Mails mit eigener Domain durchzuschleusen. Andererseits hat man den Markt für bezahlte Alternativen damit auch schön klein gehalten. Auch ich musste reagieren seit Januar schiebe ich dieses To-Do nun schon vor mir her. Jetzt bin ich es endlich angegangen und ich bin sehr sehr froh, damit durch zu sein.